Das Villagio Camping Europa liegt in Grado in Friaul-Juli-Schwollnation. Das Villagio Camping Europa ist beliebt unter den Gästen. 81% empfehlen das Hotel weiter. 149 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,6 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,5 Sonnen von 6 Sonnen. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.